weiter geht's mal gucken vielleicht achte ich ja dieses mal auf die uhr wahrscheinlich eher nicht wahrscheinlich werde ich wieder verkacken aber ok kann passieren sorry dann dafür zack den weiner schalten wir lieber aus so ok samuel fuck ok ja ja klar war es das mit mir so einmal da wieder anfangen zack einmal hier hoch einmal hier lang einmal da rein so ok wir müssen da erst nochmal hin dann wird uns nämlich gesagt dass samuel weg ist aha und wenn man schnell genug ist ich hoffe sie hatten einen schönen abend aber wir sollten jetzt zurück ja gehen wir so niemanden getötet geist ladies identität lady boils identität enttarnt lady boil an ihren verehrer lord brisbee ausgeliefert lord shaw im duell besiegt lady boils gäste buch unterschrieben ich habe alle runen ich habe alle knochen artefakte ich habe leider nur ein gemälde von sokolov den outsiderschrein habe ich gefunden und ich habe weder gegner noch zivilisten eliminiert und keinen alarm ausgelöst oh god im himmel das läuft erstaunlich gut so so hmm lord pendleton wollte uns hier treffen ich schau mal im weinkeller vielleicht vertreibt er sich dort seine sorgen hmm ja ok jetzt kommt das was mich immer freut so einmal hier hoch und einmal zu meinem liebsten lieblingsfreund soll ich etwas für sie konstruieren? ich kann alles herstellen ja ich wollte gerade sagen aber nur fast alles eyo so kugelkört also es ist alles halt ähm jetzt inzwischen wurscht also die ganze chose die wir jetzt da noch äh kaufen brauchen wir sowieso nicht weil ich sowieso nicht schieße so ich glaub das müsste sogar direkt in meinem zimmer sein ich glaub nur emily ist nicht mehr da ja ja genau da äh wer immer sie auch sind ich muss ihnen dafür danken wenigstens einen teil meiner familie verschont zu haben wir alle haben fallen jedenfalls wir bollschwestern auf eine seltsame weise haben sie meinen gefallen getan also verdienen sie auch eine belohnung ich habe das hier von ein liegen meiner verschwiegenen diener zu einem ihrer eigenen diener befördern lassen mögen sich unsere wege nie wieder kreuzen okay 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 das dinge habe ich nie gelesen so und jetzt Zeit anhalten wirklich eine der geilsten fähigkeiten im spiel aber äh Moment wir haben alles ja geschafft und wir haben eine Frau aus dem Weg geräumt eine edelfrau dazu mhm 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 Hier, bitte. Und? Ah, Nerune. Oh, Vitalität könnte ich mal gucken. So. Mana-Verbrauch sehr hoch. Ah. Hoch und nur hoch. Ja, ja. Drei Stück brauche ich dafür. Also noch zwei. So. Aha. Und alles ist bereit, um ihn anzugreifen. Wir sind einen Schritt vom Thron entfernt. Ein Mann, ein schlagendes Herz. Das ist alles, was von den Mächten übrig ist, die die Stadt in den Rand des Untergangs brachten. Es ist einfach, aber bei weitem nicht leicht. Die Paranoia des Lord Regenten ist so groß wie nie zuvor. Ja. Er hat die Unterstützung der Aufsehner, des Parlaments und seiner Geldgeber verloren. Und auch Sokolov, der seine Sicherheitstechnologien entwickelt hat. Ja. Jetzt hat er im Danmoor Tower jeden noch verbliebenen, loyalen Mann versammelt. So ähnlich oft gemacht. Wer weiß, dass etwas auf ihn zukommt. Wer weiß, dass Sie es sind. Alles hängt davon ab, dass er recht hat. Piero hilft Ihnen bei den Vorbereitungen. Dann bringt Samuel sie dicht an den Tower an das Wasserschloss. Als Sie das letzte Mal dort waren, war der schreckliche Tag, an dem alles begann. Nun gehen Sie dorthin, um alles zu beenden. Aha. Ich weiß nicht, was wir sonst noch sagen könnten. Außer, dass unsere Hoffnungen mit Ihnen gehen. Aber immer doch. So. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal irgendwo gelesen. So. Mhm. Und dann habe ich eine Errung durch den Knie. Ja, ja, das ist schon klar. Einmal das. Oh, kann ich davon ein paar mitnehmen? Hallo. Ja, hi. Okay. Moment. Was ist denn? Wo ist denn das? So, hier. Das ist nicht der Jager, den ich wollte. Du Schmachkopf. Meine Güte. Stell dich hin. Lass die Flaschen hier verschwinden. Ich schreibe hier meine Memoir. Wow. Wow. Okay. Sehr sinnvoll genutzte Zeit, würde ich sagen. Es war wirklich sehr sinnvoll genutzt, die Zeit. Komm, raus hier. Blablabla, halt die Klappe. Der labert mir echt zu viel. So. Und wenn ich das sage, dann will das was heißen. Halt. Auf zum Dunwalltower. Ich glaube, direkt rechts ist da, wo die Lampen jetzt vor mir sind, die zwei. Da müsste, glaube ich, eine Rune oder ein Knochenartefakt sein. Was damals passiert ist. Vom Wasserschloss aus wird es eine kleine Kletterpartie. Das Wichtigste ist, den Lord Regenten zu töten. Er hat sich da etwas auf dem Dach gebaut. Nennt es einen Schutzraum oder so. Verrückt, wenn Sie mich fragen. Torgo, wenn ich Ihnen schon die große Führung gebe. Hier befindet sich die Sendezentrale, aus der die ganzen Bekanntwachungen kommen. Ja. Könnte interessant sein. Wenn wir uns wiedersehen, wird der Lord Regent tot sein. Nein. Und wenn nicht, war es eine Ehre mit Ihnen zu dienen. Sonst, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt gucken wir mal. Ne, ist drin. Es scheint wirklich drinnen zu sein. Wenn ich mich echt so vertan. Okay. Moment. Ja, also da rutsche ich runter. Da rutsche ich runter. Hm. Schade. Zack. Wie komme ich jetzt hier hoch? Äh. Da hin. Da hin. Da hin. Ich muss immer davon ausgehen, das muss jemand schaffen, der nur Teleportation und normales Springen hat. Weil das sind die Standards. Also die hat jeder. Aber sonst halt nix. Also ich komme hier rüber. Ich wollte gerade sagen. Blödsinn. Blödsinn. Aha. Ja. Okay. Also manchmal sind die Gespräche ziemlich interessant oder geben halt Hinweise. Ups. Okay. Da hat mich gerade irgendwas gegrillt. Okay. Okay. okay sehr schön also das Teil ist echt kacke ok möglichst wenig Gegner ausschalten um möglichst wenig halt an Aufmerksamkeit zu bekommen dahinten so der hat einen Schlüssel weg hier und schließen oh hallöchen ich weiß wo wir sind wir sind genau da wo Emily da unten gestanden hat als wir Versteck gespült haben okay das heißt hier müsste ich ja hochkommen theoretisch so zack oh shit okay okay erst mal zur Rune so ich glaube da in dem Gebäude hier jedes Mal denke ich dass ich irgendeinen Alarm ausgelöst habe wenn die da so einen Krach machen okay 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 ähm okay das bringt mir alles einen feuchten Scheißdreck wenn ich genauer bin wenn ich genauer bin weil ich nirgendwo drauf klettern kann ne da kann ich nicht drauf klettern definitiv nicht so das heißt theoretisch müsste ich irgendwie oh fuck so einmal hier lang ja ja so darum sind die Dinger so scheiße okay ah okay hier bin ich ja hey wie hat der mich denn jetzt gesehen scha äh ich bin grad im falschen Spiel also das soll mir mal einer erklären wie der mich jetzt gesehen hat zack 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 okay okay wunderbar einmal kurz hier hoch einmal hier lang einmal hier einmal hier aber hier shit der hat mich gesehen ist ja ekelhaft ey 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 komm her dreh um und einmal da hin und hier hoch und dann da lang und dann erstmal abspeichern okay okay wie komm ich da hoch von da am besten okay der sieht mich auch relativ schnell okay okay da pinkelt einer gerade an die Mauer ich hab das genau gesehen nein zack zack einmal hier hoch verdammt verdammt so zack passt okay es ist auch der grund warum zack anhalten so teuer ist weil es halt viele sachen einfach komplett aushebelt viele fähigkeiten beziehungsweise fallen sind komplett durch also man kann damit super viel Mist machen so hier drin haben wir das okay hm dann machen wir das doch einfach so so ups okay okay shit Pech gehabt da war leider nichts was meinen Sturz aufgefangen hätte da ja verdammt da drüben knapp knapp so zack 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 einer! Da oben ist auch einer! Verdammt! Okay. Okay, okay, okay. Wie komme ich denn in dieses verkackte Gebäude rein? Shit! Okay, wie komme ich da rein? Wie komme ich in dieses beschissene Drecksgebäude rein? Vor allem hätte ich auch das einfach machen können. Den schalten wir aus. So, zack. Legen wir den hier hin. Da unten. Da komme ich da rein. Ja. Würde er. Leider Gottes. Eine von vier. Eine von vier. Eigentlich würde ich gerne den Rattenschwarm benutzen, aber eigentlich ist es scheißegal. Ja, machen wir Vitalität. Weil inzwischen ist es scheißegal. Ah. So. Äh. Na? Und wo ist der zweite? Bleibt der hier unten, oder? Kommt der auch mal hoch? Ich weiß es nicht. Ich gehe auf Nummer sicher. So. Das brauche ich. Das nehme ich. Das nehme ich. Und ansonsten habe ich hier schon fast nichts mehr zu suchen, ne? Auf der Seite. Okay. Das heißt... Einmal... Da kann ich leider nicht drüber klettern. Das ist eine Sackgasse. Da ist ein Fenstersims. Okay. Bringt mir das irgendwas? Nein, bringt es nicht. Und... Darüber. Ne. Erst einmal muss ich ja... Aber komme ich da hin? Komme ich da wirklich irgendwie hin? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss einmal durch. Ich muss einmal hier durch. Ich weiß nicht. Ja, wie Sie wünschen, Lord Rige. Okay. So. Okay. Okay. Hier ist der Schutzraum. Direkt über mir. Da hinten. Und da. Achso, Moment. Erstmal das. Ja, ja, ja. Okay. Nein, ist er nicht. Zum Glück nicht. Okay. Okay. Habe ich Alternativen. Irgendwelche alternativen Routen. Da habe ich doch gerade was gesehen, was mich freuen würde, wenn ich das hinkriege. Shit. Ja, 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 ja. So, du. So, und jetzt erstmal. Weil das schön ist. Beide weg. Erledigt. Zack. Zack. Oh, warum ist der Lord Regent der tot? Okay. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich den Lord Regenten getötet habe, aber das war so auf jeden Fall nicht geplant. Okay. Ich lerne das nie auf die Uhr zu gucken. Sorry dafür. Aber es ist echt scheiße im Moment. Aber es ist, als chilly ist, braucht ich glaube, dass ich auch nicht richtig cartse ich habe, wenn es mir möglich ist. Und es ist eigentlich das nicht passiert. Und hier kann ich es eng nach ORsch nenhuma sagen. Das nichtisc-Tay.